Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen, die mein Befehl zu widersetzen! Oh, weicht euch das einfach getrunken! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrochen... Die Stadt Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hindert! Es hat mich jeden nur als wittlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere nicht gestiegen zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Und die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! beefh! wurde dennele Fort Zeus imbagai Monk? Und Sie haben die Eva Reinhardt und B est in der Kl rebozen! Es ist ein Bali! Mit dem zusammen, Wo überhaupt nicht?